Ich habe zu Hause ein blaues Klavier, Und kenne doch keine Note, Es steht im Dunkel der Kellertür, Seitdem die Welt verrohte. Es spielten Sternenhände vier, Die Mondfrau sang im Bote, Nun tanzen die Ratten im Geklirr, Zerbrochen ist die Klaviatur, Ich beweine die blaue Tote. Ach, liebe Engel, öffnet mir, Ich aß vom bitteren Brote, Mir lebend schon die Himmelstür, Auch wieder dem Verbote. Ich habe zu Hause ein blaues Klavier, Und kenne doch keine Note. Es handelt sich um eine Kindheitserinnerung, Das blaue Klavier ist laut einer Tagebucheintragung ein Puppenklavier, das Else Lasker-Schüler 1937 im Schweizer Exim noch besitzt. Dieses Zuhause ist demnach auch so viel wie eine Kindheitserinnerung. Es steht im Dunkel der Kellertür, Seitdem die Welt verrohte. Die Verrohung bezieht sich auf den Nationalsozialismus, Der die jüdische Dichterin ins Exil trieb. Das Dunkel der Kellertür ist das, Was in die Stelle der kindlichen Lebenszuversicht getreten ist. Es spielten Sternenhände vier, Die Mondfrau sang im Bote, Nun tanzen die Ratten im Geklirr. Die Sternenhände und die Mondfrau sind offenbar Ausdruck für das kindliche Spiel, Und die kindliche Fantasie, Und natürlich, da Mond und Sterne in die Nacht gehören, Auch eine Traumwelt. An ihre Stelle treten die Ratten. Natürlich könnten es im Keller auch reale Ratten sein, Aber es geht ja nicht um einen echten Keller, Sondern um die Dunkelheit, die die Nazi-Ratten in die Welt brachten, Und die dem schönen Traumdunkel der Nacht gegenübersteht. Zerbrochen ist die Klaviatur, Ich beweine die blaue Tote. Tod ist vor allem die Kindheit mit seiner Lebenszuversicht. Ach, liebe Engel, öffnet mir, Ich aß vom bitteren Brote, Mir leben schon die Himmelstür Auch wieder dem Verbote. Es kann sich einerseits um den Wunsch nach Glück handeln, Der hier so ausgedrückt wird, als ob die Hoffnung darauf Schon abwegig wäre, Auch wenn man es nach so viel bitterem Brot verdient hätte. Tod des Sohnes, Flucht vor den Nazis, Hoffnungslose Situation in der Schweiz, Die die jüdischen Flüchtlinge als unerwünschte Elemente behandelte. Es kann andererseits der innere Konflikt gemeint sein, Der entsteht, wenn man eigentlich dem Leben nichts mehr abgewinnen kann, Allerdings auch nicht bereit ist, zu sterben. Aber ein Wissen, ob der Tod uns wirklich Erlösung bringt, Könnte auch Hoffnung im Leben geben, Doch handelt es sich um verbotenes Wissen. Nein, natürlich nicht verboten, sondern unzugänglich, Aber wenn es diesen Himmel hinter der Himmelstür gibt, Dann gibt es doch auch Engel, die die Macht hätten, Uns diesen Himmel bereits zu Lebzeiten zu zeigen, Und wenn sie es nicht tun, dann ist es eben doch verbotenes Wissen. Das ist doch wohl eine Sache. Wenn man mit dem Herzen hat, auch immer nach vielen Lüteren ist, dann geht es nicht selbst. Also ich nehme an die Ölwünschte Alsdakon, Ja, ich nehme an die Ölwünschte Alsdakon, die auch die Ölwünsche, die auch die Ölwünschte Lüteren des Wissen- und Erlewünschte Lüteren, und ich nehme meine Aufmerksamkeit zu geben. Und ich nehme an den Prochten. Und ich nehme an die Ölwünschte Einladung, Ich nehme an die Ölwünschte Wissen in der Tür, und ich nehme an die Ölwünschte also zu stellen. Und ich nehme an die Ölwünschte als Gehlas. Vielen Dank.